Hallihallo liebe Freunde, normalerweise mache ich ja nicht so die Vlogs, aber ich dachte mir heute ist es mal notwendig, denn dieses gute Stück hat vorgestern seinen Geist aufgegeben, komplett. Dementsprechend habe ich momentan eine super alte Grafikkarte drin, mit der ich froh bin, wenn ich überhaupt spielen kann und deswegen in den meisten Fällen auch nicht aufnehmen kann. Ich hoffe, ihr seht mir das nach, ich habe mir schon eine neue Grafikkarte bestellt, das wird eine R9 Fury von AMD und die sollte bis Samstag da sein, eventuell wird es auch erst Montag. Dementsprechend für den Rest der Woche wird es sonst wahrscheinlich keine Videos geben, außer dieses hier. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seht mir das nach, ich werde dann wieder versuchen aufzunehmen und zu spielen, sobald ich die Grafikkarte habe und sobald alles eingerichtet ist, da ich Daily Rankings normalerweise maximal einen Tag vorher aufnehme, bis auf ein paar Ausnahmen. Also, Dankeschön für die Aufmerksamkeit und Tschüss. Dankeschön für's.